Hallo ihr Lieben! Heute kommt der zweite Teil von unseren Lieblingskanälen, allerdings in einer etwas anderen Form. Im ersten Teil haben wir euch ja unsere Lieblingskanäle genannt, doch für diesen zweiten Teil haben wir unsere Freunde und deren Familien sowie einige Verwandten nach ihren Lieblingskanälen gefragt. Ich hoffe, euch gefällt das so. Und vielleicht lernt ihr ja dabei auch noch andere Charaktere kennen. Wir beginnen direkt mit Familie Wolf. Viel Spaß! Ich spiele gerne Polizei und will später Polizist werden. Ja, bei Keuchenknack gibt es tolle Polizeivideos. Die schauen wir immer total gerne. Ich bin Tante Nina und mein Lieblingskanal ist Familie Sonnenschein. Auf dem Kanal gibt es unfassbar viele kreative Bastelideen, aber auch andere Videos, wie zum Beispiel Hinter-den-Kulissen-Videos oder Geschichten. Und nun ist Stefan an der Reihe. Was muss ich nochmal sagen, Nina? Deinen Lieblingskanal vorstellen, Stefan. Oh, ach ja, stimmt. Also, mein Lieblingskanal ist Familie Müller Playmoo York. Meiner Meinung nach gibt es dort viele spannende Geschichten zu verschiedenen Themen und dazu noch mit einer ganz tollen Familie. Ich bin Klaras beste Freundin Marie und ich habe zwei Lieblingskanäle. Der erste ist Familie Glücklich Playmoo Stories. Auf dem Kanal gibt es unglaublich viele tolle Videos, wie zum Beispiel Bastelideen, Edits, Geschichten oder Intros. Der zweite Kanal ist Familie Dachner Playmoo Stories. Dort findet ihr schöne Specials, Intros, Edits, Bastelvideos und vieles mehr. Ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. Hallo, ich bin Mia, die Schwester von Marie. Eigentlich müsste ich kleine Schwester sagen, aber ich bin ja nicht klein, sondern schon vier. Ich mag die Videos von Tamir Sommer gerne. Die Mama heißt Anna, der Papa Tom, der Bruder Nils und die Schwester Emma. Auf dem Kanal gibt es ganz tolle, spannende Folgen. Jetzt will ich aber weiter mit meinem Pferd spielen. Hey, ich bin Paul, Maltes bester Freund und definitiv der Beste von allen hier in diesem Video. Und deshalb stelle ich euch auch einen richtig tollen Kanal vor. Und zwar Familie Kloser Playmoo Stories. Auf dem Kanal findet ihr ganz viele verschiedene Videos. Ich mag an Familie Kloser vor allem ihre Edits. Ich bin immer wieder erstaunt, wie genial sie sind. Nun macht meine nervige kleine Schwester Katharina weiter. Erstens, ich bin überhaupt nicht nervig, sondern du. Und zweitens bin ich auch eine Freundin von Finn. Der erste von meinen zwei liebsten Kanälen ist Playmobil Familie Klein. Dort gibt es richtig viele Videos. Zum Beispiel Geschichten, die immer richtig lustig sind. Oder Specials, keine Ahnung wie man das ausspricht. Sowie Intros und Bastelvideos. Mein zweiter Lieblingskanal ist Playmobil Familie Wagner. Ich mag es, dass den Kanal zwei Schwestern machen. Dort gibt es viele tolle Geschichten. Wie Silvester oder Eislaufen. Und viele andere Videos. Ich schaue die Folgen immer sehr gerne. Ich bin Laura. Ich bin Katharinas beste Freundin. Und ich habe auch zwei Kanäle, die ich gerne gucke. Nenntlich Familie Neumann und Familie Sohmherr. Von Familie Neumann mag ich die spannenden Geschichten am liebsten. Aber auch die Haustouren. Familie Sohmherr filmt tolle Geschichten, die ich auch immer sehr gerne anschaue. Auch meine Mama mag Familie Sohmherr sehr gerne, weil sie, genauso wie der Papa von der Familie, Kuno, bei der Polizei arbeitet. Als nächstes sagt euch das liebste Mädchen von den Trittklästern ihrer Lieblingskanäle. Erstmal vielen Dank, Laura. Mein Herz ist geschmolzen. Passend dazu ist einer meiner absoluten Lieblingskanäle, Playmobil Familie Herz. Hier findet ihr viele Videos, wie zum Beispiel spannende Geschichten und wunderschöne Bastelideen. Ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. Mit dem Kanal Serafima fühle ich mich besonders verbunden, weil wir ein gemeinsames Hobby teilen. Singen. Die Cover auf dem Kanal sind so schön und rühren mich manchmal zutiefst. Aber auch tolle Shorts, Tänze und viele weitere kreative Videos findet ihr bei Serafima. Nun macht mein großer Bruder Lukas weiter. Mein Lieblingskanal ist Familie Kiesling. Ich finde die Geschichten sehr spannend. Jetzt kommt Mama. Hallo, ich bin Katrin und mein Lieblingskanal ist Familie Rotkehlchen. Bei ihnen findet ihr viele inspirierende Videos. So richten zum Beispiel ein Bastelladen ein oder bauen die Schule in ein Hotel um. Und beim Urlaub in diesem wunderschönen Hotel läuft auch nicht alles glatt. Alles in allem werdet ihr bei Familie Rotkehlchen sicher viel Spaß haben. Ich mache mal weiter. Ich bin Bennet, der beste Freund von Tim. Mein Lieblingskanal ist Playmobil Videos Familie Jens. Ich mag die Familie sehr gerne. Da sind so tolle Charaktere dabei. Bei ihnen gibt es viele verschiedene Videos wie Geschichten, Bastelideen und vieles, vieles mehr. Übrigens hat Familie Jens einen Zweitkanal, der heißt Playmobil Shows. Dort seht ihr, wie der Name schon sagt, eine Show mit Figuren. Hi, ich bin Annalena. Ich gehe in die Klasse von Tim. Aber ich war auch bei Playmobil's Next Genius dabei. Mein absoluter Lieblingskanal ist Familie Kegi, Playmobil Geschichten und DIY. Auf dem Kanal gibt es spannende, lustige und unterhaltsame Videos rund um Familie Kegi. Und neuerdings auch eine Serie in Kooperation mit Familie Steiner. Aber auch sehr kreativ geht es bei Familie Kegi zu. Schaut euch mal diese wunderschönen Kinderzimmer an. Nun macht meine beste Freundin Pia weiter. Ich schließe das Video mit einem super tollen Kanal ab. Und zwar mit Familie Buch Playmo. Denn, wie sagt man so schön, das Beste kommt immer zum Schluss. Die Videos auf dem Kanal sind einfach nur wow. Außer mir wird es auch sehr lustig, kreativ und wunderschön bei ihnen. Schaut also unbedingt mal vorbei. Ach ja, und mein Lieblingsmitglied von Familie Buch ist auf jeden Fall Jana. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.